Tadaa! Super Mario in Minecraft! Oh, it's a me, Mario! Gemeinsam mit euch, meine lieben Katzen-Community, möchte ich wirklich fabelhafte Welten zusammenbauen. Also los, fangen wir an! Katztastisch begrüße ich euch zur allerersten Folge von Minecraft! Hier auf Katze, der Kanal für Kinder, die Nintendo Switch-Version mit Super Mario! Ja, meine lieben, viele Kinder und Eltern haben sich gewünscht, dass ich doch endlich mal Minecraft spiele, weil man hier kreativ sein kann, weil man gemeinsam etwas aufbauen kann. Und daher werde ich ab heute Minecraft für euch spielen und hoffe natürlich sehr, dass es euch gefällt. Das Ganze im Modus der Kreativität, im kreativen Modus, um einfach gleich alle Gegenstände zu haben und damit wir gemeinsam einfach tolle Sachen bauen können. Fühlt euch inspiriert? Und wenn ihr selbst etwas mit Baustein, mit Lego, mit Holzklötzchen gebaut habt, schickt mir das Bild gerne zu über Instagram, mehr Infos in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog und dann zeige ich die Bilder gerne mal hier und baue eure Sachen nach. Aber schaut mal hier, ein Koopa! Du bist ja süß und putzig! Hallo Koopa! Hallo! Schön, dich zu sehen! Alles gut? Hallo! Okay, dieses Pferd ist, glaube ich, aber nicht aus dem Mario-Universum. Und hier haben wir eine Röhre! Ab mit uns, da rein! Mario, spring da mal rein! Meine Lieben, hier kommt gleich mal der Hinweis, wenn euch Minecraft gefällt. Hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr keine spannenden, lustigen, aber auch lehrreichen Abenteuer mehr in Minecraft verpasst. Und ihr wisst ja, Videos für die ganze Familie. So, Schalter aktiviert. Und jetzt werde ich da irgendwie hochkatapultiert oder vielleicht auch nicht. Naja, irgendwie nicht. Ja, ich selbst habe Minecraft noch nicht so oft gespielt, auch wenn ich es schon seit Beginn der Zeit kenne. Ich weiß nicht, wann das rauskam, aber das ist schon gefühlt zehn Jahre her. Ich kenne das schon von Anfang an. Habe aber nie wirklich Minecraft gespielt. Verzeiht mir also, falls ich nicht sofort alles verstehe. Ich weiß, dass mit Sicherheit hier und da ein paar Profis zuschauen und sagen, ach Katze, Mensch, das machst du doch so und so. Weiß ich alles bestimmt nicht. Habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Aber ich freue mich auf eure Kommentare auf katze.de. An alle, die meinen Kanal vielleicht nicht kennen und durch Minecraft auf mich gestoßen sind. Da das ein Kinderkanal ist, werden Kommentare hier deaktiviert. Aber Minecraft-Videos gibt es auch auf meiner Webseite. Dazu auch in der Videobeschreibung nochmal den Link. Habt ihr auch am Anfang des Videos schon gesehen. Da kann man dann kommentieren. So, und da ist ein riesiger Mario. Der ist ja größer als ich. Und schaut mal, die Sonne ist von Mario Sunshine. Cool. Hey Mario, dreh dich mal um für uns. Hallo. Ich bin der kleine Mario und da ist der große Mario. So, aber gut. Oh, da hinten ist ein Koopa. Da ist ein Pilz. Da ist ein Fragezeichenblock. Links seht ihr einen Goomba. Hey, da kann man so viel entdecken hier in dieser Welt. Da hinten ist ein kleines Schloss. Ein Hammerbruder im Hintergrund. Da hinten der Koopa. Da sind Berge aus Super Mario World. Ein grüner Pilz. Ach, es gibt so viel. Und was ich mit euch vorhabe, ist, dass ich euch einmal die ganze Welt zeige. Nicht alles auf einmal. Stück für Stück. Und parallel bauen wir aber trotzdem unser eigenes Häuschen. Hier ist ja schon alles fertig gebaut. Aber ich möchte mit diesem Mario Skin, praktisch mit den Mario Klötzchen, sage ich jetzt mal, trotzdem mein eigenes Haus bauen. Natürlich erstmal ganz klein anfangen, denn ich bin jetzt nicht unbedingt der Meisterbauer. Wir kommen aber bestimmt von euch Inspiration. Wenn ihr also Bilder malen möchtet, wenn ihr mit Lego etwas bauen möchtet, mit Playmobil, mit Holzklötzchen, egal was, wenn ihr etwas zusammengebaut habt und sagt, hey Mensch, ich würde mich freuen, wenn du Katze, wenn du das mal in deiner Welt in Minecraft nachbaust, dann schickt mir das Bild gerne zu. Ich gebe mir Mühe und versuche das dann nachzubauen. So, und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich euch inspirieren kann. Vielleicht seht ihr irgendein Gebäude, wo ihr sagt, ach Mensch, cool, das würde ich gerne mal nachbauen mit meinen eigenen Klötzchen. Zum Beispiel hier, so ein Lava-Schloss. Ui, was ist denn da drin? Ui, was soll das denn sein? Wir haben einmal einen Kompass, das nehme ich gerne mit, einen Bogen und wir haben noch eine Diamant-Hose. Ja, ich glaube, Marius' Latz-Hose, die passt eigentlich ganz gut. Und ich sehe gerade links oben, wir haben ja den Koopa-Helm, also den Schildkröten-Panzer auf dem Kopf gerade als Helm. Fahren wir gleich Fahrrad? Oh, ein Esel. Hallo, kleiner Esel. Wie geht's dir? Ich würde dich gerne füttern, aber ich habe nichts zum Füttern. So, naja. Der Esel wird sich schon von den Gräsern hier ernähren. Da hinten ist Bowsas Luftschiff. Und ich finde es auch toll, dass hier im Hintergrund verschiedene Mario-Melodien eingespielt werden. Bis jetzt habe ich aber nur Mario-Musik aus dem Spiel Nintendo 64 raushören können. Super Mario 64. Mal gucken, ob es noch andere Musik gibt. Da hinten ist Luigi. Aber gut, ich würde so langsam sagen, wir suchen uns jetzt einen Ort, vielleicht direkt hier irgendwo am Wasser, wo wir einfach mal unser erstes kleines Häuschen bauen. Und da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Also wir haben jetzt hier eine Röhre. Ich schaue mich mal ganz kurz um. Ja, nicht wundern, ich kann natürlich schweben, da ich im Kreativ-Modus spiele. Ich habe auch ein bisschen mal die Steuerung im Spiel geübt, weil die fiel mir am Anfang echt nicht leicht. Ich habe wirklich an zwei Tagen eine halbe Stunde trainiert, damit ich weiß, wie das hier funktioniert. So, wir bauen uns jetzt erstmal eine kleine Plattform. Eine Wiese, möchte ich mal sagen, um da dann unser kleines Häuschen zu errichten. Das wird sozusagen das kleine putzige Häuschen von unserem Super Mario. Und wie gesagt, falls ihr auch Bauklötzchen habt, egal von welcher Marke, ist ja völlig Wurst. Holt euch gerne die Bauklötzchen gleich zum Video dazu und baut parallel mit. So. Ich hoffe, dass es euch genauso wie damals Yoshi's Crafted World inspiriert. Ich kriege jetzt in letzter Zeit über Instagram echt tolle Bilder von Eltern und teilweise auch von Kindern, die mir Bilder zu schicken, wie sie von meinen Yoshi's Crafted World Videos zum Basteln inspiriert wurden. Und das ist natürlich für mich etwas ganz, ganz Großes und Tolles. Danke an dieser Stelle an alle Bilder, die ich zugesandt bekomme. Ich blende sie immer wieder in meiner Instagram-Story ein. Auf Instagram heiße ich Kinderkatze. Gut. Dann würde ich sagen, das reicht erstmal. Und dann würde ich sagen, wir bauen uns ein kleines Holzhaus. Hey Mario, lustig siehst du aus mit deinem kleinen Helm. Okay. Das heißt, erstmal brauchen wir eine Art Grundriss. Wir machen jetzt nichts Kompliziertes. Wir machen einfach ein ganz normales, viereckiges Haus. Natürlich kann man da auch ein Dreieckshaus machen oder ein Haus mit mehreren Zimmern. Aber für mich im ersten Schritt wäre es wichtig, dass ich ein ganz normales, solides Haus habe. Gut. Dann wollen wir doch mal versuchen, ein kleines Holzhaus zu bauen. Wir machen das mal ein bisschen größer. Und dann muss ich meine Wiese ein bisschen vergrößern. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Da vorne ist eine Lücke, da kommen natürlich die Tür rein, damit Mario auch da durchlaufen kann. So. Wir machen hier noch alles zu. Oh nein, jetzt fängt es an zu regnen. Oh, jetzt regnet es in mein Haus rein und ich habe noch kein Dach. Ach, na toll. Teppichtörtchen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Na gut, müssen wir eigentlich nicht. Aber theoretisch können wir uns ein bisschen beeilen, damit wir wenigstens ein trockenes Haus haben. So. So, ich wechsle mal in den Modus. Wie gefällt es euch eigentlich besser? Das würde mich auch interessieren. Wenn ich so spiele wie jetzt, wo man nur die Hand sieht oder wo man die ganze Figur sieht von Mario. Also ich werde hier im Spiel ab und zu mal tauschen. Wenn ihr aber sagt, ach Mensch Katze, ich finde es toller, wenn man Mario immer sieht oder mir reicht es aus, wenn man die Hand sieht, dann schreibt das in die Kommentare und ich werde darauf achten. So, machen wir jetzt aber mal unser Holzhaus weiter und bauen das zusammen. So, hier noch drauf. So, sieht doch schon mal gut aus, oder? So ein Grundgerüst kann man schon erkennen. So, schaut mal, ich fühle mich schon so, als würde ich hier wohnen. Und gleich wohne ich hier. Ich habe schon eine Baugenehmigung. Sonst würde ich ja hier nicht bauen. So, jetzt kann ich hier noch die Tür rein und dann muss ich auf jeden Fall noch eins nach oben. Upsala, das ist nicht gut. So, jetzt. Zack, zack. Und jetzt habe ich schon einen kleinen Durchgang. Schaut mal, ist das nicht cool? Ich habe meinen kleinen Durchgang und das ist mein kleines, süßes Häuschen. Und nicht wundern, ja, mein Holzhaus hat natürlich noch keine Scheiben, hat noch keine Fenster. Das mache ich aber nachher. Erstmal baue ich das hier zusammen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Ja gut, zehn gab es nicht. So, ähm, das Grundgerüst würde soweit schon mal stehen. Eigentlich bräuchte ich noch sowas wie einen Teppich, oder? Aber solange es regnet, werde ich mir keinen Teppich reinlegen. Ähm, jetzt brauche ich ein Dach. Was habe ich denn so für Steine, um ein Dach zu bauen? Mhm. Okay, ich bin ein bisschen überfordert. Ich muss mich, wie gesagt, noch ein bisschen mit dem Spiel zurechtfinden. Aber ich finde es schön, dass man so viele bunte Klötzchen hat, weil man dann echt kreativ sein kann. Und ja, wie gesagt, oh, wir haben sogar Schilder. Ja, ich brauche so ein Eingangsbereich-Schild. Also so ein Schild für den Eingang. Oh, das ist cool. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Ja, und ich werde nach und nach natürlich auch die Charaktere wechseln. Es gibt noch andere Skins, wie es im Spiel heißt. Also ich kann auch als Prinzessin Peach spielen und so weiter und so fort. Mach ich alles noch. Aber erst mal ein Schild platzieren. Und hier, ich spiele es auf der Nintendo Switch, schreibe ich noch was dazu. Auf diesem Schild schreibe ich, hier wohnt Katze. So. Hier wohnt, Leerzeichen, K.TZE. Im K steckt ja das stumme A, deswegen K.ZE. Katze. Katze. Hier wohnt Katze. Perfekt. Das ist schon mal mein Haus. Aber Moment mal. Was fehlt denn noch? Richtig. Die Tür fehlt und das Dach. Und wenn wir das Dach haben, dann wird es da drin bestimmt stockfinster sein. Oh, schaut mal. Eine Werkbank. Das ist ja auch cool. Was haben wir denn noch? Schild. Eigentlich suche ich eine Tür. Wo finde ich denn Türen bei euch? Ah, hier. Türen. Oh, die Rote gefällt mir gut. Die hatten wir auch ganz am Anfang im Pilzkönigreich. Aber, also in dem Pilzhaus. Aber ich nehme eine einfache Eichentür. Die passt besser zu meinem Holzhaus. Soll ja auch optisch gut aussehen. Ach, wie cool. Ich bin, ich weiß, es ist nichts Besonderes, aber ich bin gerade super stolz auf mein eigenes Haus. Schaut mal. Tada. Jetzt können wir da rein. Hallihallo. So, Tür zumachen. Aber es regnet noch rein. Na toll. Na toll, na toll, na toll. Ich muss dir jetzt unbedingt ein Dach bauen. Und hier haben wir noch eine Werkbank, die tatsächlich im Kreativmodus gar nicht wichtig ist. Mit der Werkbank kann man, soweit ich weiß, Sachen zusammenbauen, also craften, oder? Sag ich das jetzt richtig oder sag ich da was Falsches? Weil am Anfang muss man sich ja die ganzen Rohstoffe erst mal sammeln. Zum Beispiel Holz, indem man Bäume fällt oder auch Erde und Erze, indem man Gesteine kaputt macht. Und dann kann man in dieser Werkbank Sachen bauen, gerade Gegenstände und später mit einem Ofen auch Kohle herstellen und vieles mehr. So. Aber gut, dann würde ich sagen, ich schaue mich mal um. Ich habe auch komische Eier von Yoshi. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich bräuchte irgendwie einen Ziegelstein oder sowas. Wo gibt es denn Ziegelsteine? Okay, notfalls, wenn es keine Ziegelsteine gibt, nehme ich einfach einen, so einen roten Block. Hier, roter, äh, Trockenbeton vielleicht nicht. Keramik. Rote Keramik. Das finde ich gut. Genau das Richtige für meine Ziegelsteine auf dem Dach. So. Moment. Jetzt wählen wir unseren Ziegelstein aus und jetzt machen wir das Dach mal fertig. Damit es aufhört, hier rein zu regnen. Ich meine, hey, wo kommen wir denn da hin? Da regnet es einfach in mein Haus rein. Ach, Teppichtörtchen. Das soll natürlich nicht passieren. Also gut. Jetzt wird hier mal das Dach platziert. So. Da auch, hier, da, zack. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. als würde ich nichts anderes tun als nur Dächer bauen. Ich bin ein richtiger Dachbauer. Perfekt. So, jetzt regnet es gleich nicht mehr rein. Oh, ich stecke hier ein bisschen fest. Moment. Und hier am Rand aber auch noch, damit das Holz auch geschützt ist. Ich weiß nicht, ob das Holz laminiert wurde. also, damit meine ich, dass es beschichtet wurde. Ja, sieht schön aus, aber noch etwas langweilig. Ich möchte das noch ein bisschen schöner gestalten. So. Damit wir auch eine Art Vordach haben. Damit das nicht direkt Pepp an der Kante aufhört. Soll ja auch ordentlich aussehen, das Dach. Und theoretisch können wir dann in den Berg hinein weiterarbeiten. Wisst ihr, was ich meine? Oh, eine Kuh. Hey Kuh, warte doch auf uns. Ich dachte, die Kuh möchte vielleicht zu meinem Häuschen und mithelfen. Aber sie wollte nur noch mal schauen, was wir da treiben. So. Perfekt. Hier vorne noch. Oder? Ja doch, machen wir das hier vorne. Machen wir das so. Hier vorne brauchen wir auch so eine Art Vordach. Sonst kommen wir aus der Haustür und zack, werden wir vom Regen überrascht und werden sofort klitschnass. Na toll. Aber mit seinem Vordach lösen wir das Problem. So, hoppala, das weg. Und hier alles wird platziert. Zack, zack. Ich finde übrigens lustig, dass man die Geräusche vom Platzieren der Blöcke nicht hört durch die Mario-Musik. Ich kann übrigens die Mario-Musik auch ausschalten, aber dann hört man gar keine Musik, glaube ich, nur die Geräusche vom Platzieren der Blöcke. Aber ich richte mich nach euch. Wenn ihr sagt, macht das anders, dann mache ich das gerne anders. Schaut mal, das ist ein ziemlich einfaches Häuschen, aber ich bin stolz wie Bolle. Das ist ziemlich cool. So, dann Mario. Willkommen zu Hause. Hier wohnt Katze. Auch du, Mario. So, das ist mein Haus, da ist meine Werkbank, mein Fragezeichen-Block. Mario, mach mal bitte die Tür zu. Ja, wenn das so einfach wäre. Ähm, vielleicht muss ich den Modus... Ah, nee, jetzt hat es funktioniert. Tja, ähm, jetzt haben wir noch am, jetzt sind wir noch am helllichten Tag, aber, naja, trotzdem fehlt mir auf jeden Fall ein Fenster. Deswegen brauche ich Glasblöcke. Hier machen wir ein großes Fenster draus, dann haben wir auf jeden Fall mehr Licht hier zu Hause. Und nicht wundern, es sieht immer so aus, als würde es reinregnen, aber dadurch, dass ich direkt am Rand meines Hauses stehe, ähm, kommt dann eben der Regen durch. Aber eigentlich sind wir vom Regen geschützt. Und sieht irgendwie cool aus. So, was wir auf jeden Fall noch brauchen, sind, ähm, Fackeln, weil es gibt, glaube ich, keine Lampe oder ähnliches im Spiel. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Deswegen ist eine Lampe wichtig, also eine, eine Fackel, um mehr Licht zu haben. und ich brauche unbedingt noch ein Bett. Und was kann ich eigentlich hier machen? Kann ich das nur essen? Also, ich muss mir ja noch so einen Vorgarten bauen. Ich muss solche Geschichten, ach man, das wird eine tolle Serie, glaube ich. Hier können wir kreativ sein, hier können wir einfach mal, einfach mal was bauen und wenn jemand von euch in die Kommentare schreibt, Mensch Katze, mich würde es freuen, wenn du ein kleines, ein kleines Gemüsebeet hättest, dann baue ich das einfach für euch. Dann baue ich das in der nächsten Folge. Also, die Folgen kommen nicht regelmäßig, die kommen langsam. Weil dann kann ich immer, das ist der kleine Vorteil, wenn sie langsamer kommen, kann ich immer sehr schnell auf eure Kommentare eingehen. Das ist so der kleine Vorteil. Deswegen mal gucken, wie generell das Projekt bei euch ankommt, ob ihr mehr Minecraft sehen wollt oder vielleicht auch nicht. Aber viele haben es sich gewünscht, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es gut bei euch ankommt. Schaut mal, allein mit den Fackeln sieht man schon, wie viel Helligkeit in den Raum kommt. Ja, zu Hause nutzt man natürlich Lampen, in Minecraft nutzt man Fackeln, so wie damals, als es noch keine Lampen gab. Da hat man Licht mit Feuer gemacht, zum Beispiel mit Kerzen. Ganz am Anfang aber natürlich mit einem Lagerfeuer oder ähnliches. Na toll, jetzt habe ich mir so ein bisschen mein Haus kaputt gemacht und sogar meine Werkbank zerstört. Ja, sowas kann schnell mal passieren. So, ähm, Tür zu. und jetzt habe ich hier noch meine Fackel. Die Werkbank, die baue ich auch noch ein, aber ansonsten erstmal im ersten Schritt doch echt schnuckelig, oder? Was meint ihr? Also, ich finde es schön. So, die Fackel an der Glasscheibe macht natürlich keinen Sinn, aber ansonsten gefällt mir das doch gut. Mario, ich würde sagen, wir haben uns auch ein kleines Essen verdient. Gebratenes Hühnchen. Guten Appetit, Mario. Opsala, jetzt sehe ich nichts, jetzt aber. Lass es dir schmecken, Mario. Mh, lecker, lecker. Sein Apfel wäre jetzt gut, oder Gemüse. Oh, Paprika. Ich würde jetzt gerne eine Paprika essen. Wer von euch hat heute schon Gemüse gegessen? Schreibt das gerne in die Kommentare. Gemüse ist gesund. Ich werde nachher eine Paprika tatsächlich essen. Wirklich kein Scherz. So, ähm, ich suche noch nach einem Bett. Ich finde es nicht, deswegen nutze ich kurz die Suchfunktion. So, Bett. Und, ja, da ist ein weißes Bett, ein hellgraues Bett, bla 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 bla. Magenta Bett. Meine Lieblingsfarbe ist Rot. Ich liebe die Farben Rot, Weiß und Schwarz. Daher nehme ich jetzt mal das Bett und platziere das, ähm, hier. Genau vor dem Fenster. Dann werde ich morgens, upsala, nicht so quer, sondern direkt ans Fenster. Dann werde ich direkt von den Sonnenstrahlen am Morgen geweckt. Also was gibt es Schöneres? Und dann höre ich noch die Regentropfen am Abend. Ach, ich liebe es so einzuschlafen. Jetzt haben wir ein Bett. Ja, aber wir bräuchten noch ein Bücherregal für unsere Bücher. Wir bräuchten noch Stühle, einen Tisch. Vielleicht brauchen wir auch irgendwann mehr Platz, falls wir Besuch bekommen, falls meine Freundin kommen möchte. Und so weiter und so fort. Na gut, meine Freundin wird bestimmt niemals mit mir im Multiplayer dieses Spiel hier spielen, aber vielleicht kann ich das mal mit euch spielen. Da wurde ich auch schon gefragt auf Instagram, als ich eingekündigt hatte, dass wir Minecraft spielen werden, ob wir das im Multiplayer online gegeneinander oder zusammen spielen können. Vielleicht ja. Hey Luigi, schön dich da hinten zu sehen. Aber in den ersten Folgen werde ich auf jeden Fall mal ganz normal das Spiel spielen und einfach mal mit euch zusammen etwas bauen. Und ganz wichtig, ich möchte es hier nochmal betonen, fühlt euch bitte inspiriert. Das heißt, holt euch Stift und Papier, zeichnet, was euch einfällt, was ihr hier im Spiel gesehen habt in dem Video oder baut mit Klötzchen, egal welcher Art, einfach ein Gebäude nach. Zum Beispiel, baut doch mal mein Häuschen nach. Versucht doch mal mein eigenes Häuschen nachzubauen. Es ist nicht schwer, aber baut das doch mal nach und wenn ihr wollt, schickt mir das Bild gerne auf Instagram oder per Mail oder per Facebook. Also liebe Eltern, schickt mir das dann gerne zu und dann kann ich das vielleicht in den kommenden Videos mal zeigen, was ihr so gemalt oder gebaut habt. So, also mir ist es wichtig auf dem Kinderkanal, möchte ich hier nochmal betonen, dass ihr inspiriert seid, dass ihr vielleicht auch mal was bauen möchtet, was zeichnet oder vielleicht auch draußen, dann wenn der Frühling kommt, im Sommer, im Sand etwas zu bauen. Hauptsache, ihr macht was mit den Händen, baut was mit den Händen und schickt mir dann ein Bild davon gerne zu und ich zeige in Minecraft, in meinen Minecraft-Videos, was ihr so schönes gezaubert habt. So, fördert ja auch die Motorik, muss man dazu sagen. Aber gut, ich habe gerade, während ich gesprochen habe, meinen Vorgarten erweitert, so möchte ich mal sagen, was einen kleinen Grund hat. Ich möchte natürlich so einen kleinen Gartenzaun noch haben und eine Eiche pflanzen. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz diese Pflanze braucht oder dieser Baum. Ich hoffe einfach, dass das bis zur nächsten Folge dann gewachsen ist. So, und jetzt brauchen wir noch einen Zaun. So, ich weiß, es ist sehr, sehr einfach gehalten. Aber, irgendwie gefällt es mir. Hier wohnt Katze mit dem Schild. Und hey, da unten ist ein Blobber. Hey, Blobber. Wie geht's dir? Hallo. Schön, dass du hier bist. In Mario Kart spritzt du uns immer mit deinen Tintenflecken, mit deinen Tintenspritzern zu und dann sehen wir nichts mehr. So. Upsala. Und hier. Oh, jetzt nehme ich wahrscheinlich zu viel Platz weg für die Eiche. Ich weiß nicht, wie groß sie wird. Wie viel Platz sie benötigt. Und, ach, Herr Jemine, Teppichtörtchen. Ich mache ja jetzt alles kaputt. So, aber, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das schon ziemlich toll, wie es jetzt aktuell aussieht. Aber was fehlt denn? Was würdet ihr noch bauen? Was fehlt? Was, wo würdet ihr sagen, ach Katze, da fehlt aber was. Bau doch mal das und das noch dazu. Hm, ich bin gespannt. Aber Mario, du kannst sehr stolz sein auf dein Haus. Das sieht echt fabelhaft aus. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Mehr liebevolle und kindgerechte Abenteuer für die ganze Familie gibt es auf www.kinderkatze.de Eine Seite, ein Ort mit nur kindgerechten Videos. Also dann, bleibt katztastisch! www.kinderkatze.de www.kinderkatze.de